Welche Rolle haben soziale Probleme gespielt, wie Armut, Arbeitslosigkeit? Soziale Probleme gab es in jeder Gesellschaft immer und wird es auch in Zukunft in jeder Gesellschaft geben. Die Frage ist das Ausmaß und die Frage ist, wie kann man durch Politik mehr, Politik soll steuern, dass mehr Ausgleich im Sinne von mehr sozialer Gerechtigkeit stattfindet. Wir erleben momentan eine wenig zufriedenstellende Phase, weil wir zwar einen, Gott sei Dank, noch relativ breiten Mittelstand haben, aber da bröckelt es an den Rändern auch etwas, dass wir ein zunehmendes Armutspotenzial haben und dass wir ein zunehmendes, echtes Reichenpotenzial haben. Und das natürlich, das darf ich jetzt schon auch sagen, wir sind in Bangladesch, auf einem gewissen Niveau. Also wenn ich für Österreich jetzt einen kleinen Vergleich anstelle, wenn ich an die Bundesrepublik Deutschland denke, wo dieses Hartz-IV-Abkommen den Leuten weniger Geld bringt, wie bei uns die Mindestsicherung, also in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt, dann stimmt dort die soziale Balance noch viel weniger wie bei uns. Und bei der Arbeitslosigkeit ist es so, dass wir hier in den 70er und 80er Jahren weniger Probleme hatten, auf der einen Seite wie jetzt, allerdings in den 70er Jahren noch war die Landwirtschaft stärker, wir hatten ein Beschäftigungspotenzial in der österreichischen Landwirtschaft von etwa 18 bis 20 Prozent der Menschen, die gearbeitet haben, waren in der Landwirtschaft tätig. Heute sind es knapp 4 Prozent. Die sind ja alle in die Ballungszentren gegangen. Und das Paradoxon ist, wir haben jetzt den höchsten Beschäftigungsstand, der in der Republik je war, jetzt mit 3,3 Millionen Beschäftigten, zugleich aber eine besorgniserregende Arbeitslosigkeit, die uns ja die Arbeitsmarktförderung immer wieder schildert, jetzt von 340.000, 350.000 Menschen, ohne jene gerechnet, die in Schulungen sind. Also de facto fast 400.000. Der Unterschied, wenn ich jetzt das noch sagen darf, zur ersten Republik, also in den schrecklichen 30er Jahren, ist der, dass die Menschen, die damals arbeitslos waren, ausgesteuert waren, nichts bekommen haben. Heute bekommen sie wenigstens sozusagen dieses Mindestmaß an Absicherung, wie mit der Mindestsicherung und der Mindestpension, die jetzt mit 1. Jänner 2014 angehoben wird. Nur für die Lebensseinsüchte und für die Lebensbedingungen, die die Menschen gerne haben möchten, ist das natürlich auch zu wenig. Weil auf der anderen Seite die Mieten steigen, die Energiekosten steigen und unterm Strich viele, viele Leute, da weiß ich, von was ich rede, weil ich mache seit 10 Jahren ehrenamtlich diese Sprechstunden da in der Woche, oft in der letzten Woche eines Monats kein Geld mehr haben, um einkaufen zu gehen. Also das ist sozusagen die Entwicklung von oft scheinbaren Gegensätzen. Ich meine, es ist ein Wahnsinn, was sich da in vielen Ländern Europas derzeit abspielt. Also bis zu 50% Arbeitslosigkeit vor einer Jugendarbeitslosigkeit. Aber wir sollen da nicht zu stolz sein darauf, dass wir die Besten in Europa auf dem Gebiet sind, sondern wir sollten sagen, wenn man genau hinschaut, junge Leute müssen so viel lernen. Also Matura allein genügt oft schon nicht mehr. Matura mit Beruf wäre besser. Leute kommen von der Universität. Die Geisteswissenschaften, die absolviert werden, die haben überhaupt wenig Chancen. Die Techniker sind besser dran. Also das sind neue Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Und da dürfen wir nicht die Augen zu machen. Und Sie haben früher aktiv gegen Bettelnverbot gekämpft. Ja, das ist geblieben. Bis heute. Ich habe ja eine Verordnung im Gemeinderat dazu, hat der Bürgermeister die Zuständigkeit, die Kompetenz über die Magistatsdirektion. Wir haben eine Verordnung gemacht zu einem Zeitpunkt, das war im Jahr 2000 oder so, oder 1999, 2000, was ist denn nicht genau, aber ungefähr so in der Zeit. Da hat sich schon etwas ergeben, was mir dann auch nicht mehr gepasst hat. Nämlich, ich habe gesagt, wenn Menschen bei uns auf der Straße betteln, ich halte das für einen stigmatisierenden Ausdruck. Ich mag auch den Ausdruck Bettler nicht. Das sind ja Menschen. Also meine Gabe bitten, dann tun das sicherlich Leute, die nicht im Reichtum leben. Also das sind warme Menschen. Und solange sie wo stehen oder sitzen oder was immer, sollen sie dieses Recht haben. Ich habe aber dann eine Verordnung erlassen, dass aufdringliches, begleitendes Betteln und Kinderbettelei verboten ist. Was habe ich damit gemeint? Aufdringlich, das ist also, wenn Leute angegriffen werden, begleitend oder in die Lokale hineingehen oder in die Gastgärten und von Tisch zu Tisch und so. Das ist aufdringlich. Das wollten wir nicht. Das ist nicht unsere Kultur. Begleitendes Betteln, das heißt also so nebenher einfach gehen und immer wieder insistieren, jetzt geben wir endlich was. Und natürlich war ich dann gegen die Kinderbettelei, denn da haben sich schon Szenen abgespielt, da musste ich eingegriffen werden. Und zwar zum Schutz der Kinder. Frauen sind tatsächlich mit Babys am Abend, ich habe das selbst erlebt oder gesehen, darum habe ich das dann auch vertreten, mit Babys am Abend, in der Hitze und in der Kälte gestanden. Und das haben wir abgestellt. Und das hat sich dann auch aufgehört. Ich sage das deshalb etwas ausführlicher, weil genau der Text dieser Verordnung jetzt bei der Aufhebung des vom Land Steiermark verhängten generellen Bettelverbots eine Rolle gespielt hat. Nämlich der Verfassungsgerichtshof hat zurückgegriffen auf den von der Stadt Graz beschlossenen Text und hat gesagt, wenn ihr den Text nehmt, geht es in Ordnung. Also kein generelles Bettelverbot, sondern nur mit diesen Einschränkungen dürfen die Leute meine Gabe bieten. Und ich glaube, dass das ist auch fair und okay. Alles was jetzt diskutiert wird, halte ich für nicht zielführend, nämlich eigene Zonen zu schaffen oder eigene Stadtteile oder Stadtgebiete, wo gebädelt werden darf, in der Herrengasse nicht. Also das halte ich für kontraproduktiv, denn da wird sich dann die Bevölkerung wieder dagegen stellen. Aber zwar nicht nur gegen die Menschen, die um eine Gabe bieten, sondern auch gegen die Politik, weil sie dann gewisse Stadtteile oder Stadtbezirke stigmatisieren. Also dort dürfen die Bettler hin, aber ja nicht, ich sage jetzt einmal, auf dem linken Urufer, in den sogenannten Nobelbezirken. Geidorf, Leonhardt, Waldendorf, St. Peter, Maria Trost und so weiter und so fort. Ja, nicht dort, sondern womöglich ein paar halt am rechten Urufer. Land, Gris, Jakomini und so. Da gibt es dann aber schon, denke ich, Reaktionen der Bevölkerung und das ist nicht gescheit. Und warum? Es war ein Problem in Graz? Überhaupt keines. Ich war mit der Polizei immer im Kontakt. Es gibt keine gesetzeswidrigen Handlungen von Bettlerinnen und Bettlern. Es gibt keine Gewalt. Es hat niemandem das gestohlen. Sie sind da gewesen. Und der Wolfgang Bucher, der ein Freund von mir ist, von St. Vinzenz, der hat schon recht. Also manche Medien, eh fast die meisten, sehen darin sozusagen eine Funktion, die Bevölkerung vor Bettlern auch medial zu schützen. Und unsere Gesellschaft, weil oft gesagt worden ist, die schaden dem Tourismus. Und es ist eine Schande für die Stadt, weil alle Leute glauben, wir haben so viele Bettler und, und, und. Ich habe immer gesagt, also erstens einmal, die Menschen, die hier sind, sind Menschen und gehören als Menschen behandelt. Und zweitens, die tun weniger bis gar nichts als viele andere, die bis zu verbrecherischen Handlungen und Kriminalität und auch zur Wirtschaftskriminalität. Also die, also zum Beispiel, um es aktuell zu sagen, manche Banker, manche Banker, die das angerichtet haben, was derzeit aufgearbeitet werden soll, die sind schlimmer als jeder Bettler. Also denen möchte ich weniger begegnen wie den Bettlern. Um nochmal kurz das Jugendthema zurückzukommen, heutzutage wird ja behauptet, Jugendliche denken nur an Saufen, haben keine Ziele, sind ziellos sozusagen. Wie war das, wie Sie jung waren und wie Sie in Ihrer Amtszeit waren, war das da auch schon so? Das ist leicht zu beantworten, diese Debatte hat es schon einmal in Griechenland gegeben. Dass die Alten gesagt haben, die Jungen sind nichts wert. Das ist so eine, 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 ja, eine Position, die natürlich unrichtig ist. Wir haben selber zum Glück einen Enkelson, der geht in die FH, die Oneum, und ich weiß, was dort gelernt werden muss. Und ich weiß aber, was auf den Universitäten gelehrt und gelernt wird und welche Herausforderungen es gibt. Und man soll nicht, man soll nicht gar so kritisch sein, wenn irgendwann einmal die Sau rausgelassen wird. Ausgerechnet dann bei den Jungen, wenn ich die Reaktionen von Leuten auf dem Fußballplatz anschaue, und die dort ihre Gefühle abreagieren, dann ist das auch nicht viel anders. Aber, obwohl ich selber gerne gekickt habe, aber die Einstellung, vor allem zur Studierendenjugend, auch zur Schuljugend, muss meiner Meinung nach so sein, dass man klar anerkennt, Lernen, in welcher Schulstufe ist gleichgültig. Lernen ist auch eine Arbeit. Und Studieren ist eine Arbeit. Und man soll das anerkennen und nicht so tun, als ob die an bis 26 oder 27 Jahren dauernd auf der Tasche liegen. Auf der Tasche des Staates und so weiter. Man darf nicht vergessen, da kommt eine junge Generation, die wenige Jahre später ein großes Stück Verantwortung für das ganze Land trägt. Und damit also auch für die ältere Generation. Mich ärgert immer, ich bin selber nicht mehr jung, ich werde nächstes Jahr 75 Jahre, mich ärgert immer wieder, wenn meine Generation herumjammert, dass die Jungen einen anderen Lebensstil haben und und und. Und wir haben auch einen anderen Lebensstil gehabt. Zum Teil ist das nur zeitlich begrenzt. Vom Beginn der Pubertät bis zu einer gewissen wachsenden Ernsthaftigkeit und Lebensabläufe, bis zur eigenen jungen Familie und so weiter. Also das sind ganz normale, offenbar, Prozesse zwischen den Generationen. Und man sollte ja nicht überbewerten. Was natürlich nicht geht, das ist, dass man dauerhaft in irgendwelchen Gegenden, Lärm, Terror und alles mögliche, weil dort wohnen auch Leute. Da gibt es dieses ungelöste Problem uns als Univiertels. Ich glaube, wenn man kontinuierlich alle an einen Tisch holt, die Studentenvertretung, die Wirtschaftstreibenden, die Polizei und sich abspricht, wie kann man das lösen, dass die Jungen auch ihren Spaß haben und ihre Freizeit auch. Jedenfalls, wenn beim Trinken zu viel erwischt wird, muss das eh jeder selber büßen. Und die Wirte sollen vorsichtig sein mit ihren Protesten, denn ich möchte nicht wissen, wie viel Alkohol letztlich auch an Minderjährige um das Geschäftswillen ausgegeben wird. Brauchen wir jetzt dann herumschauen bei der Adventschnappe. Ja, zum Beispiel jetzt bei meinen Großeltern ist es so, die haben jetzt nicht wirklich viele technische Geräte außer das Handy. Wie war es dann eigentlich so, weil in der Zeit, 80, 90 Jahre, viele technische Revolutionen. Wie hat sich das aufs Leben da ausgewirkt und auch auf die Politik und benutzen sie selbst auch das Internet oder Computer? Naja, natürlich, die Computerisierung der Gesellschaft hat schon stattgefunden. Ich persönlich habe ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem Prozess. Das hängt auch mit meinem Beruf zusammen, ich gebe das zu. Ich glaube, ein gewisser Kulturstandard unserer Gesellschaft ist durch die neuen Technologien gefährdet. Wenn Menschen nicht einmal mehr Ansichtskarten schreiben können, wenn Menschen keinen Brief schreiben können, wenn es Seminare auf das AMS geben muss für Bewährungsschreiben. Da ist noch gar nichts gesagt, nicht nur von der Form her, sondern wie schlecht sie Deutsch können. Der Computer korrigiert auch Korrigiert auch Grundschreiben, Briefe, Erlässe, alles korrigiert hat. Und wenn Menschen glauben, dass also die E-Mail-Gesellschaft glücklicher macht, nur weil es schneller geht, auch bequemer, muss man zugeben, aber auf der anderen Seite gibt es die Gefahr des Kulturverlusts des Buches. Wenngleich uns die Buchhändler immer wieder sagen, sie machen mehr und mehr Umsätze. Das ist nämlich eine interessante Sache. Aber ich glaube, es braucht wie in fast allem im menschlichen Leben der Balance, dort wo es also um die Geschäftsbeziehungen geht, wo es um Schnelligkeit der Information geht und so weiter, ist das alles, was es jetzt gibt, eh nicht mehr rückgängig machbar. Aber was sich zum Beispiel bei der Kommunikation Mensch gegen Mensch abspielt, über Twitter und Facebook und und und. Letztlich auch geschützt durch die Anonymität des medialen Prozesses. Das ist eine gefährliche Situation. Also die Parteien beginnen ja jetzt auch zu twittern und Facebook zu booken mit Facebook. Nur sie kriegen auch die Antworten. Also wenn was nicht passt, dann wird getwittert, das Arschloch und so und so. Also ob da sozusagen der Standard einer mit zwischenmenschlichen Kultur dauerhaft gesichert werden kann, das wird mir erst zählen. Also ich würde mir da nicht die Hand ins Feuer legen. Es ist noch nicht mehr verhinderbar und auch nicht rückgängig machen. Das muss ich auch sagen. Weil das aber so ist, ist es glaube ich nicht unzweckmäßig auch auf die Gefahren hinzuweisen. Dass man doch die menschliche Kommunikation braucht. Schauen Sie, ich meine, wenn man 18 Jahre Bürgermeister ist und Vize-Bürgermeister und Stadtrat ich habe 30, 35 oder 40 Budgets zu machen gehabt. Wenn es kritisch war, wenn es wirklich kritisch war, dann haben die ganzen Papiere und die herumgegangen nichts mehr geholfen. Oder mit einem Mail den anderen einen Vorschlag zu machen. Sondern da hat nur geholfen. Kommt, setzen wir uns jetzt am Tisch zusammen und jetzt reden wir. Jetzt reden wir. Jeder bringt seine Probleme, seine Anliegen, seine Ideen und dann prüfen wir, wie kann man das bündeln. Und dann, und nicht nur reden, dann kann man mehr als ein Wasser, ein Glas Wein oder zwei oder drei trinken und man hat eine Atmosphäre, wo man Probleme lösen kann. Von Mensch zu Mensch. Und dann baut man auch diese künstlichen Barrieren, die sich auch im politischen Diskurs aufbauen, etwas ab. Und sagt, na jo, mein Gott, was ist dem anderen zugelte vor? Ich habe eine Position, der hat eine Position, jeder muss auch sein Gesicht wahren, dann muss man eine Atmosphäre schaffen, um Explosionen und völlig unnötige Diskurse jeder gegen jeden nach Möglichkeit einzudämmen. Und wie war das damals für Sie persönlich, dass da jetzt große Umstellung gekommen ist, dass die Computer aufgekommen sind? Na jo, Büro war natürlich auch auszustatten, die ganze Magistrat, das ist ganz logisch, das war für alle eine Pflicht, die Magistratsverwaltung wurde umgestellt. Und das geht auch jetzt weiter, es war früher immer undenkbar, dass zum Beispiel die Inhaber der Sozialkart da müsste ja jeder, wenn er am Weihnachtszuschuss ist, da müsste in das Sozialamt kommen und musste alles so und alles mitbringen und so weiter und so fort und der Verwaltungsaufwand und der Personalaufwand und so und jetzt ist so, jeder, der die Sozialkart hat, kriegt automatisch auf sein Konto die Weihnachtsunterstützung angewiesen. Der braucht nicht mehr extra begründen. Also das sind schon positive Einbilder. Vielleicht zum Schluss was wünschen Sie sich in der Zukunft für Graz? Eine gute Weiterentwicklung und ich glaube das ist auch möglich wenn ich das noch sagen darf zur Funktion des Bürgermeisters gehören auch die Außenbeziehungen wir haben wir haben uns sehr bemüht um Südosteuropa ich habe die schwierigsten Zeiten gehabt in der Jugoslawien Krise im Jugoslawien Krieg wir haben allein 4000 Kroaten in Graz als Flüchtlinge gehabt Vukowa Minkovci das waren doch die Probleme auf Zagreb wir haben Slowenen hier gehabt wir haben Serben da gehabt Bosnia und das waren schwierige Zeiten die Bevölkerung ist da gut mitgegangen schwieriger war es bei der ersten zweiten dritten Afrikaner Welle aus den Kriegsgebieten Afrikas wir haben die Position gehabt also irgendwer hat einmal gesagt das Boot ist voll und hat damit Graz mit seinen Ausländerinnen und Ausländern gemeint ihr gesagt das Boot ist nicht voll keine Spur dass Graz sinkt das Boot ist nicht voll wenn Menschen zu uns kommen zunächst einmal kommt der nicht stigmatisiert als Flüchtling Asylwerber Wirtschaftsflüchtling Fauler Kerl aus und so weiter und so fort und er kommt er ist einmal da und wenn der Mensch einmal in einer Gemeinschaft ist dann gehört er einmal menschlich behandelt das war nicht das war nicht sehr populär und immer populär ich habe da auch bei zwei Wahlen ziemliche Prozente abgelegt aber ich meine ich habe vier Wahlen gemacht der Spitzenkandidat und wir waren immer stärkste Partei aber das sind dann schon oft Reaktionen der Bevölkerung gewesen die schmerzlich waren aber wir haben das geschafft und heute vor allem bei Festakten ist man gelegentlich froh darauf hinweisen zu können wir sind eine internationale Stadt in Graz in Graz studieren Menschen aus 97 Nationen in Graz wohnen Menschen aus 160 Nationen und wir sind wir sind in der Welt in der Welt der Globalisierung angekommen und das ist glaube ich der entscheidende Punkt ich will nicht parteipolitisch werden aber wenn da jetzt der Herr Strache hergeht und sagt also es wäre das scheint von Schilling zurückzukehren und aus der EU vielleicht auszutreten dann ist das sowas von weltfremd dass ich nur sagen kann das kann eigentlich ein Politiker der auch in einer großen Partei die FPÖ ist eine große Partei geworden auf Augenhöhe mit der ÖVP und mit der SPÖ der kann das ungestraft sagen und hat noch Zulauf also und das ist aber genau eine Beurteilung wo ein Land ein kleines Land wie Österreich in der globalisierten Welt von heute wo wir exportieren müssen in jedem Erdteil das ist völlig von der Rolle nicht also und daher also ich kann der jungen Generation nur empfehlen es sich so einzurichten in unserem Land dass wir dass wir bildungsmäßig dass wir forschungsmäßig dass wir auch vom Fleiß der Menschen her dass wir dem Land eine gute Grundlage für die Zukunft geben und das heißt es anstrengend also umsonst ist nix und mit Gemütlichkeit der Land schöner Landschaft geht es auch nicht und nur zu sagen wir haben so eine Skifahrer Nation manchmal kann man schon sagen gewesen also das ist zu wenig also ich glaube auch die Menge der derzeitigen die Menge der derzeitigen Bundespolitik Steiermark nehme ich da aus weil die Steierer haben eine gute Forschungsquote liegt ungefähr bis bei zwischen 5 und 6 Prozent das ist eine freiwillige Leistung des Landes aber der Mangel in der Bundespolitik seit langer Zeit ist dass wir zu wenig investieren in Wissenschaft Forschung und Entwicklung das weiß jeder das sagt jeder und das tut es geschieht das nicht ausreichend und daher müsste man dort ansetzen ich hoffe dass die Regierungsverhandlungen jetzt da wenigstens auch einen gewissen Schwerpunkt bringen das hoffe ich sehr wir in der Steiermark sind da recht gut unterwegs und die Stadt Graz hat also das darf ich wohl sagen meine Vorgänger haben dem weniger Augenmerk zugewendet ich habe mich sehr intensiv mit den Universitäten beschäftigt und wir haben da einiges auch beitragen können bei Projekten und Grundstücksüberlassungen und so weiter und so fort ja ich danke ganz herzlich für das Gespräch es war jedoch eine Frage ob es die Politik sie heute noch interessiert ich glaube die Antwort haben sie jetzt gegeben die Budgetziffern weiß ich nicht mehr so genau dieses Wissen und dieses Up-to-Date-Sein das ist was also was ich manchmal auch bei aktuellen Politikern und Politikerinnen nicht immer so also sehe dass sie so sattelfest bei allen Themen sind ja danke auch euch für die Fragen ja ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche euch für die Matura alles Gute danke ja dann verabschiede ich uns von unseren Zugeschalteten und ja eine Frage haben wir noch untergebracht auch von den Fragen die gekommen sind und dann bis zum nächsten Mal